So, wir kommen zurück zum Armada Suh 2, let's play. Ja, und wir befinden uns jetzt immer noch in der Luft. Nehmen wir bin ich hier auf dem falschen Weg. Static Defense, Sosnowka. 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 So. 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 und die steigen da ein und die da ich steige hier ein und zwei und vier steigen hier bei mir ein so dann werde ich jetzt ich fahre dann bis nachher so runter einfach so mir ein wegpunkt setzen für mein team so dann kann ich nämlich sagen hier team rot so bewegen zu meinem nächsten wegpunkt und dann haben wir irgendwann noch verstärkung da so die bewegen sich jetzt cool dahin luke so die sind jetzt bei mir schon drinnen ok kann man von außen zeigen eigentlich sollten die sich jetzt warum funktioniert das jetzt schon nicht wieder so durch zum nächsten ja sprechen wir das noch mal eben so und dann wenn wir uns mal per schnellreise da schnellreise dahin bewegen ach gehen kann ich auch zur seite legen das brauche ich ja noch nicht mehr so so So, dann sind wir hier angekommen. So, was hat sich verändert? Okay, okay, gut. Das spreche ich mir noch einmal. Ups. Ey. Oh, fall back! Roger. Nein. Three, do not move! What is your location? Roger. Du legst gar nichts an. von außen sieht das Ganze dann mal so aus 2-4-5-6-7-8-9-10-0-0-6-2-1-2-2 ist gut Panzer vielleicht haben wir doch die Straße nehmen sollen ja, komm, er wühlt sich durch, kein Problem ah, hier steht unser restlicher Trupp oh ich überfahren den Typen so, setzen wir uns mal als Schütze ran ich peier, wenn auch immer schnell ok machen wir hier nochmal einen Cut und sehen uns gleich im nächsten Part wieder